Wir fahren in Thalem mit der Seilbahn. Mit Glasboden. Da will keiner mehr mit, Gott sei Dank. Die können die nächste nehmen. Ich hoffe, dass die Türen von selber zu gehen. Die Türen sind noch auf. Soll ich auch sehen? Wenn du willst. Halt mal Tempo bereit, dass wir hier wischen können. Aber es geht gleich los, Thomas. Ach ja, du fährst ja immer gerne vorwärts. So, heute am 5. Oktober 2013 fahren wir mit der Gondelbahn. Mit einer grünen, denn die haben einen Glasboden. Jetzt fahren wir zum Hexentanzplatz. Hexentanzplatz. Es ist absolute Waschküche. Es hat auch permanent geregnet. Wir sind eigentlich auf dem Weg nach Halberstadt zum Tonwechsel. Im Bukhadi-Kloster findet heute der Tonwechsel statt, der für die nächsten sieben Jahre tönt. Die sind doch noch die Hähnchen da. Die braucht einfach. Klar. Wer kennt es nicht? Spuk unterm Riesenrad. Die große... Das ist geil. Ich stehe 100 Meter über dem Booteteil. So, und jetzt bekommt die Marion einen Riesen-Schreck. Warum? Na, ich kenn das vom Skifahren. Man sieht überhaupt nichts. Ich wandere ja so gerne. Oh, da hat jemand seine Mütze vergessen. Was? Da liegt eine Mütze drunter. Eine Mütze? Oh. Jetzt kommt schon die Bergstation. Ich wandere. Ich wandere. Ist das toll. Oh, ich hab schon drauf in Ohren. Ach, wir sind schon oben. So schnell geht das. Thomas, wo ist mein Schirm? Hier. Den nehmen wir hier nochmal raus. 12,20 hoch und runter für zwei Personen. Ist ja recht preiswert. Ja, in den Alpen wird zumindest 120 für ihn gelegt. Stimmt, mein Schirm ist ja da. Weil ich ja erst hoch so gefahren bin und jetzt so. So schnell sind wir oben? Mhm. Oder ist das eine Mittelstation? Eine Mittelstation. Haben wir alles? Mhm. Cool.